Gerade eben las ich einen Artikel über die im Moment stattfindende Synode im Vatikan. Dort hieß es, dass die Frauen Südafrikas vom Papst und der Kirche mehr als nur enttäuscht sind. Zurecht? Schauen wir uns das Ganze nach dem Intro mal an. Südafrikanische Frauen, insbesondere Theologinnen und Ordensschwestern, haben zu Beginn der Weltsynode in Rom ihre tiefe Frustration und Desillusionierung gegenüber der katholischen Kirche und insbesondere Papst Franziskus zum Ausdruck gebracht. Diese kritischen Stimmen verdeutlichen die zunehmende Unzufriedenheit über den Umgang der Kirche mit der Rolle der Frauen, insbesondere in Bezug auf das Thema der Frauenweihe. Annemarie Pauline Campbell, eine prominente Theologin aus Johannesburg, schilderte in einem Interview ihre Bedenken, dass Papst Franziskus in der Frage der Frauenweihe bereits eine endgültige Entscheidung getroffen habe. Diese Sorge rühre daher, dass es bereits in den Jahren 2016 und 2020 zwei vatikanische Kommissionen gegeben habe, die das Diakonat der Frau untersuchten. Allerdings, so betonte Pauline Campbell, seien die Berichte dieser Kommissionen nie veröffentlicht worden. Diese Intransparenz werfe viele Fragen auf und erzeuge den Eindruck, dass die Kirche bewusst vermeide, sich mit der Frage ernsthaft auseinanderzusetzen. Wo ist die Transparenz dabei? fragte sie. Es sei schwer nachvollziehbar, ob diese Kommissionen nicht lediglich als taktisches Mittel genutzt wurden, um Frauen zu beruhigen und den Eindruck von Fortschritt zu erwecken, ohne dabei echte Veränderungen zu bewirken. Pauline Campbell beschrieb ein tiefes Gefühl der Ernüchterung und Desillusionierung, das sie und viele andere Frauen in der Kirche empfinden. Die Kirche, die sich in der Öffentlichkeit oft als eine Institution darstelle, die offen für Dialog und synodales Zuhören sei, erscheine in Wirklichkeit widersprüchlich. Einerseits präsentiere sich die katholische Kirche als eine synodale und zuhörende Gemeinschaft, die darauf bedacht sei, alle Stimmen zu hören, andererseits scheine sie jedoch das Thema der Frauenweihe von vornherein ausgeschlotten zu haben. Diese widersprüchlichen Signale verstärkten bei vielen Frauen das Gefühl, dass ihre Anliegen nicht wirklich ernst genommen werden. Auch Schwester Kathy Murugan, eine Ordensfrau aus Durban, äußerte sich enttäuscht über Papst Franziskus und den Verlauf der Synode. Sie hatte gehofft, dass diese Zusammenkunft eine Plattform biete, um über lange Zeit als unerwünscht empfundene Themen zu sprechen, wie zum Beispiel die Frage der Frauenweihe. Murugan betonte, dass sie nicht daran glaube, dass Gottes Ruf selektiv sei. Vielmehr sei es ein fundamentaler Glaube, dass Gottes Ruf an alle Menschen gleichermaßen ergehe, unabhängig von ihrem Geschlecht. Eine weitere Stimme aus Südafrika, die Theologin Nontando Hadebe, hob in ihren Äußerungen die besondere Bedeutung der Gleichstellung von Frauen für den afrikanischen Kontinent hervor. Sie betonte, dass Afrika in vielen Bereichen der Welt bei der Gleichstellung von Frauen führend sei, insbesondere in der Politik. Sie verwies auf Länder wie Ruanda, wo Frauen beeindruckende 60 Prozent der Parlamentssitze innehaben. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Frauen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens eine zentrale Rolle spielen und maßgeblich an der Gestaltung politischer und sozialer Entscheidungen beteiligt sind. Im Vergleich dazu, so Hadebe, wirke die katholische Kirche rückständig und überholt, da sie Frauen in vielen Bereichen weiterhin von Entscheidungsprozessen ausschließe. Hadebe argumentierte weiter, dass die Beteiligung von Frauen in der Kirche längst überfällig sei und die katholische Kirche Gefahr laufe, den Anschluss an gesellschaftliche Entwicklungen zu verlieren, wenn sie weiterhin an veralteten Strukturen festhalte. In Afrika, wo Frauen in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens gleichberechtigt sind, könne die Kirche keine Ausnahme bilden. Die Forderungen nach Gleichberechtigung und der vollen Einbeziehung von Frauen in die kirchlichen Strukturen seien nicht nur Ausdruck eines modernen Zeitgeistes, sondern auch eine Frage der Gerechtigkeit und des Respekts gegenüber der Würde der Frauen. Die kritischen Stimmen aus Südafrika spiegeln eine größere weltweite Bewegung innerhalb der katholischen Kirche wider, die nach mehr Transparenz, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung ruft. Viele Frauen in der Kirche fühlen sich zunehmend ausgeschlossen und ignoriert, während gleichzeitig immer mehr Gläubige, sowohl Laien als auch Kleriker, erkennen, dass die Zukunft der Kirche von einer stärkeren Einbeziehung und Wertschätzung der Frauen abhängt. Die Weltsynode, die ursprünglich dazu gedacht war, einen offenen und ehrlichen Dialog über die Zukunft der Kirche zu führen, scheint jedoch in den Augen vieler Frauen die zentralen Themen, die sie betreffen, zu ignorieren oder abzuwiegeln. Die Frage nach der Weihe von Frauen, insbesondere in Form des Diakonats, bleibt ein heiß diskutiertes Thema, das viele Gläubige weltweit beschäftigt. Doch trotz der anhaltenden Forderungen und Diskussionen scheint die offizielle Haltung der Kirche in dieser Frage wenig Raum für Veränderung zu lassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmen aus Südafrika, repräsentiert durch Theologinnen und Ordensschwestern wie Annemarie Pauline Campbell, Cathy Murugan und Nontando Hadebe, ein tiefes Gefühl der Enttäuschung und Frustration widerspiegeln. Sie stehen stellvertretend für viele Frauen in der katholischen Kirche weltweit, die sich nach mehr Transparenz, Mitsprache und Gleichberechtigung sehnen. Die Frage, ob und wie die Kirche auf diese Anliegen reagieren wird, bleibt offen. Doch die wachsenden Forderungen nach Veränderung lassen vermuten, dass dieses Thema in der Zukunft kaum ignoriert werden kann. Ich persönlich bin schon lange der Meinung, dass es durchaus Zeit ist, die verstaubten Ansichten in Sachen Frauen und Kirche aufgebrochen werden. Und nicht nur dieses Thema gibt Anlass dazu, durchaus den ganzen Laden mal etwas zu modernisieren. Ob ich das noch erlebe, ist allerdings fraglich. Mir bleibt jetzt nur noch, mich für euer Interesse zu bedanken und euch zu bitten, aktiv meinen kleinen Kanal zu unterstützen. Teilt bitte meine Videos, damit ich noch viele weitere, so tolle Menschen wie ihr es seid, mit meinen Videos erreichen kann. Denjenigen, die meinen Kanal bereits finanziell so großzügig beschenkt haben, gilt ein von Herzen kommendes Vergeltsgott. Ihr helft mir damit unendlich weiter. Auch alle, die über eine Kanalmitgliedschaft nachdenken, fühlt euch frei, dies zu tun, aber bedenkt bitte, dass dies absolut kein Muss ist. Lediglich solltet ihr mich unterstützen wollen, dies ist eine weitere Möglichkeit dazu. Und mir ist wichtig, dass ihr wisst, dass ich euch allen sehr dankbar für euer Interesse bin. Falls ihr also das Video interessant fandet, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Ihr wisst schon, der Algorithmus von YouTube ist darauf konditioniert. Natürlich würde mich auch ein Abo sehr freuen. Um nichts zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern. Und denkt daran, bleibt neugierig und offen für alles, was uns diese Welt zu bieten hat. Viele Grüße, eure Marion und das Mystinarium. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk,